Wow, das war aber knapp. Nachi hat sich schon so oft lang gemacht. Das ist unfassbar. Das ist einfach unfassbar. Oh, das war knapp. Beknallert Erfolg. Ciao. Wir sehen uns auch. Ach, scheiße, Mann. Da steht doch der Contenter. Der Sand King steht doch hier. Das ist doch ein Parkplatz. Oh, scheiße, Mann, das tut mir echt leid. Es war echt nicht böse gemeint, Mann. Ich hab die Kamera im Rückspiegel gar nicht gesehen. Ja, alles gut, Digga. Die hat sich gerade noch beschwert. Mach mal deine Kamera auf. Weiße muss weg, Digga. Oh, nein. Möchtest du hier? Is the paparazzi going out of business? Some hope so. A quiet cul-de-sac erupted in gang violence yesterday as a bloody massacre left several Vakos gang member. Ey, hat einer von euch da geblutet oder so gerade? Ja, mit Sicherheit. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Das ist jetzt mein Assistent. Ich muss mal ganz kurz am Klo. Brauchst du Gleitgel? Das liegt hier unter dem Bett bei mir. Ich habe hier unter dem Bett Gleitgel, wenn du brauchst. Ich brauche kein Gleitgel. Klar, für die Füße. Ich kann dir alles machen, was du willst. Gib mir mal die Stoffstreifen dort. Was für eine Katze. Joa, warte, ich habe doch eine SMS gekriegt. Das ist mein Klingelton. Ist halt super, so ein Running Gag, weißt du? Wir lochen sie immer alle kaputt. Wollen wir eine Augenkauung gehen? Ja, gerne. Sehr gerne. So lange da keine Rückstände von Viagra dabei sind. Keine Ahnung, kam aus meiner Jackentasche. Die hatte ich seit über einem Jahr nicht mehr an. Oh. Schmecken die denn noch? Das war ein bisschen hart. Aber geht. Okay. Was denn? Ja, das sind tatsächlich ein bisschen hart. Ja. Au. Ach. Ach. Aber es geht zu langsam. Ja. Einfach kaum, bis er weiß, äh, bildet. Das wollte ich nicht. Okay. Alles klar. Wenn sie sich damit ausskennen, Müller. Ich, äh. Ja, gut. Sehr gut. Ja. Alles halb so wild. Musikal, also ich werde wieder streamen. Das bestimmt. Äh, musikalisch. Mal gucken. Ich glaube, das lasse ich meine Weide weg, bis ich es einigermaßen kann. Oh, einmal den Führerschein bitte. Und bitteschön den Führerschein. Wunderbar. Super. Und wenn sie den Führerschein schon mal wieder haben. Dankeschön. Und den Personalausweis. Vielen Dank. Haben Sie denn auch einen Verbandskasten dabei, Sir? Ähm, ja, ich habe einen im Rucksack dabei. Wunderbar. Weil in das Auto hier kann ich leider keinen reinmachen. Joa, das ist mir bewusst, deswegen frage ich ja nach. Scheiße, den habe ich gebraucht vorhin, gell? Mist, der liegt im Auto. Ach, nee. Jetzt kriegen wir die Krise. Nein, ich habe keinen dabei. Das ist jetzt... Ja. Das ist jetzt schlecht. Ja. Den habe ich im Auto liegen lassen. Ich bin doof. Eieiei. Haben die andere hier eingeparkt? Wie bitte? Der steht da vorne. Nein. Schiss. Hätte ich mich mal angeschnallt. Theoretisch. Soll ich euch irgendwie helfen? Nee, nee. Nee, 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 nee. Bloß jetzt, äh, geht. Danke. Da, die nehme ich. Ja? Was ist los? Was denn? Hier ist doch irgendwas nicht richtig. Opa hältst du nach Dojo. Opa hältst du nach Dojo. Du fragst nach der Nummer von dem Grünen und willst nicht die Nummer von dem Apotheker. Ich muss auflegen. Ich muss navigieren. Entmuten. Äh, Kuppe. Dann. Schaf. Links. Auf. Asphalt. Über. Kuppe. Yeah. 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 Und der einzige Grund, dass ich jetzt auf Twitch rappe, ist einfach nur mein Gottverdammter Twitch-Chat. Ja. Ich liebe die Community. Valle, aka Valentin. Ja. Ich brauch mir gar keinen Joint zu drehen. Ich bin im Plus und sowas von auf Vitamin. Ja. Ich komm damit klar. Danach fick ich den Zahnarzt in den Arsch. Doch er hat gute Arbeit endlich geleistet. Auch wenn es dafür viel Tränen und Schweiß gibt. Ja. Ich habe lange gelitten. Doch jetzt kann keiner mit mir ficken. Ich bin am Spitten. Florida Frank. Valle, aka Frank the Tank. Und ich bang. Nicht nur Jamal, sondern jeden weg. Neben mir liegt jeder nur in jedem Dreck. Ha. Da war kein Reim, doch das ist egal. Denn mein Flow bleibt und ist einfach phänomenal. Ich bin kein Star. Ich komm damit klar. Denn ich hab die heftigste Community am Start. Wabab, Digga. Was geht denn ab? Ich muss wieder rein, das IAA ist da. Ja. Cool für dich. Das Ding ist halt, was ich ehrlich sagen muss, was ein bisschen ätzend ist, wenn sie da einen lutscht, Digga. Und dann hochkommt und sie guckt diesen Thomas an, ist ein bisschen kacke. Das ist richtig, Digga. Hä? Was? 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 War das Thomas? Hä? Hä? Was ist das? Über uns, über uns. Was? Was? Du Bastard, Digga. Seine Stimme ist auch so einnehmend, ne? Als ob er direkt neben einem steht, Alter. Was ist mit diesem Walter? Nix, Digga. Ist ein Bulle. Wurdest du ein Bastard oder nicht, Alter? Ja, aber den solltest du dir nicht zum Feind machen. Das kann ich euch allen als Tipp geben. Ja? Der zerberstet euch. Ja, ich hab schon viele Clanky-Stories über den gehört, Mann. Der fährt dann einfach mit seinem Riot-Panzer in eure Hood rein, überfährt euch und scheißt komplett auf eure Leben. Wo lang wollen wir? Äh, hallo? Ja. Schön. Ich bin Busfahrer vom Beruf, ja? Und mein Kollege ist grad voll total in den River gedüst. Wo? In den River. Ja, wo denn? Da hinten am Hafen. Der Bus war voll besetzt. Oh. Warum ruft ihr nicht die Leitstelle an? Ich hab nur noch ein Nokia, ein altes, ne? Da kann man nicht mehr mit telefonieren. Das ist verstaubt. Ich bin gerade erst eingereist am Flughafen, ne? Okay, Moment mal gerade, ja? Ja, ja. 3-4-3 für die Leitstelle kommt. Hört sie auf! Hört sie auf! Oh. Er weiß, ey. Ja, bis gleich. Entschuldigung. Das ist natürlich... Oh, fuck! Na! Oh. Alter! Oh, shit! Alles okay? Oh, shit! Um Gottes Willen! Direkt auf den Kehlkopf geschafft! Rufkrankenwagen, Natschi! Um Gottes Willen! Natürlich, natürlich! Oh, scheiße! Oh, oh, oh! Was machst du immer wieder, Alex? Oh, Gott, oh, Gott! Schaffen sie den Mann hier raus! Das hilft keinem... Oh, Gott, oh, Gott! Oh, oh! Oh, oh! Wie fühlen sie sich? Kann ich ihnen irgendwie helfen? Wo tut's weh? Oh, Gott! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Er verlibt Fabian. Willst du noch da? Er ist... Er ist... Er ist tot! Nein! Nein? Kann leider zum Glück nur ein Arzt bestätigen, aber... Oh, 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 oh! Ich bin... Ich bin Arzt! Das sah noch nie gut aus, das hat damit nichts zu tun. Das ist so peinlich, jetzt regst du den hier so rum. Guck mal wie die da alle draußen stehen, die denken wir sind, guck mal da drüben an der Scheibe. Natschi, jetzt mach den doch, tu den doch weg jetzt. Tu den weg, die Köder. Geh runter jetzt. Mach das weg gerade nicht. Tu den weg. Die Leute, die gucken, guck mal wie die alle da drüben gucken, tu die jetzt weg. Ich renne jetzt so ins Tierheim. Das sieht aus, als ob du den in den Arsch ablegst. Tu den jetzt weg. Kessel raus jetzt. Sie haben nichts gesehen. Kessel, wir haben ja ein Problem. Schneiden sie die beiden auseinander, machen sie irgendwas. Los, jetzt müsste es doch... Es ist jetzt Devourer Natschi. Es ist eins. Okay, ich versuche mal was. Aber oben ziehen, oben ziehen. Versuchen sie jetzt. Soll ich? Ich renne jetzt ganz schnell. Und? Hat's geklappt? Jetzt Natschi renn weg, Natschi. Natschi renn. Ja renn. Oh, er lässt uns was da. Wunderschönen guten Abend. Herr Kuku. Ja bitte. Sie haben ein Date mit uns gewonnen. Bitte begleiten sie uns. Ja, vielen Dank. So fahre ich wohl erstmal alleine runter. Ja, sorry. Ja. Ja. Ich brauche einen Verbandskästen. Ganz dringend, Digga. Ganz, ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Er fährt in Richtung Baustelle mit einem Sultan dazu im Gepäck. Das sind wir. So verstanden. Ja super. Ich hab grad versucht unsere Leute wegzuteckeln. Ja na klar Kollegen, Dankeschön. Schön, dass du's ausgesprochen hast. Ihr vollidioten. Das ist so eine wörfliche Karate. Er hat jetzt recht. Ey. Augen auf, ne? Ey, ohne Scheiß. Ich hab heut nen Joke gemacht, dass ich meine Makel niederlege. So bald passiert das, Alter. Ohne Scheiß. Ey. Er wurde mal geblühter. Weißt du? Was macht der denn? Hast du jetzt gerade... Du zielst jetzt schon wieder auf mich? Willst du mich verarschen? Hä? Schieß! Ah! Ah! Was ist los mit dem Dichser? Hey! Schieß doch mal zurück! Ah! 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 Seid ihr alle komplett behindert? Was ist denn mit denen los? Wo hast du mich hier hingebracht? Was? Versuchst du gar nicht abzustecken? Ah! 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 Lasst mich doch... Wir haben jetzt... Schluss jetzt! Was ist hier drin? Hendo Haben Sie irgendwelche Notfallkontakte, die wir kontaktieren können? Ja, aber der würde Ihnen nichts bringen. Das ist ja ein Smoker. Okay, dann. Können Sie freilassen. Okay, lassen Sie das. Ach, ehrlich? 21,30. Ja. Ja. Nee. Krieg ich Schütteltoto. Ohne Scheiß. Ekelhafter Sau. Ja, ich steig dann wieder ein. Freiheit! Ihr Wichser! Aha! Ja! Freiheit! Ihr blöden Schweine! So. So, jetzt stillhalten. Sollen wir uns schon mal ausziehen? Eigentlich können wir schon mal anfangen. Ich lege die Klamotten hin. Ich mache das jetzt noch auf deinem linken Fuß raus. Die macht überall. Die Stoffstreifen. So. Was ist denn? Oh mein Gott. Ich lasse den Hut an, ne? Dann muss er immer sagen, wo ist die? Boah, Helmut, dein Rücken! Geil, oder? Warum zieht ihr euch jetzt alle aus? Ja, ich dachte, wir fickeln. Ja. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Wieso nicht? Verpiss. Weg! Weg! Du hast... Aber... Habe ich ja viel Ficken gehört? Nein, ich dachte jetzt, bleib da liegen. Du hast irgendwas gesagt. Bleib da liegen. Warum darf denn der und wir nicht? Okay, dann lass doch mal den Opa dran. Opa, du bist dran. Komm. Nein, 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 nein. Komm mal erst her. Komm mal erst her. Beug dich doch mal rüber. Seit Weihnachten hast du ein Tattoo beim Arsch, Opa? Ich warte bis zu... Ja, guck mal, das ist ne Heilflosse, weil meine Rückenhaare so gewachsen sind wie ein Tornado. Das ist Sharknade, oh. Jetzt seid doch mal ruhig hier. Das war knapp. Bruder, geil! Geheil! Geht's dir gut? Dann? Geil! Dann geht's dir gut? Ja! Oh, ich muss das Auto ausmachen. выступri am Atmoschel. Ja! 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 Ja!